Dominique Perault ist ein französischer Architekt. Leben Perault studierte Architektur an der United Pédagogik VI der École Nationale Superiöre des Bois de Paris. Anschließend Städtebau an der École Nationale des Ponts et Chaussées Paris sowie Geschichte an der École des Hautes Etudes en Einses Sociales. 1981 gründete er sein eigenes Architekturbüro in Paris. 1992 in Berlin, 2000 in Luxemburg, 2002 Barcelona und in Baltimore. Er war von 1998 bis 2001 Präsident des Instituts France et d'Architecture. 1984 wurde er mit dem Bau der Hochschule ISIE in Manel-à-Vallée bei Paris international bekannt. Perault gewann 1989 den internationalen Wettbewerb für den Bau der Französischen Nationalbibliothek. Trotz der zahlreichen funktionellen Mängel dieser von ihm verantworteten Bibliothek gilt Perault als einer der Star-Architekten Frankreichs. Er bezieht immer stadtplanerische Überlegungen in seine Architekturentwürfe ein. Deren strenger Formalismus erinnert oft an minimalistische Skulpturen. Realisierte Bauten ESIE in Manel-à-Vallée Französische Nationalbibliothek Paris Velodrom und Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin Erweiterung des Europäischen Gerichtshofs Luxemburg Rathaus Innsbruck 2002 Kaya Metschike, Madrid NH Hoteles Ro bei Mailand DC Towers, Wien Projekte im Bau Perault Fußgängerbrücken Palermo Hotel Habitat Barcelona Olympisches Tenniszentrum Madrid EWHA Frauenuniversität Seul Zweites Gebäude für das Marienski Theater St. Petersburg Ehrungen und Auszeichnungen Prix de l'Equere d'Age Europäischer Preis für Industriearchitektur der Baufachmesse Constructor in Hannover Grand Prix National DL Architecture Mitglied der Französischen Ehrenlegion Ehrenmitglied des Bundesdeutscher Architekten BDA Ehrenmitglied des Royal Institute of British Architects RIBA Mies van der Rohe Preis für Europäische Architektur für die Französische Nationalbibliothek Deutscher Architekturpreis World Architecture Award des World Architecture Magazine in Zusammenarbeit mit dem RIBA Premium Imperiale Mitglied der Académie des Boats Nachweise VGL Dazu ausführlich Jean-Marc Mandusio Le Fondrement de la Tregrande Bibliotheque Nationale de France Editions der Enzyklopädie des Nuis-Ansch-Paris 1999